hallo und herzlich willkommen bei einem neuen pass von supermacher mega 2 das ist game account ich bin man nennt mich auch david man nennt sie david heißt aber nicht wirklich so ihihi mein real life name ist game accounts ja ja hier und hier und das nehmann und das nehmann eva ist auch wieder dabei hinten in der ecke und wir haben gerade einen auftrag der taube bekommen und den gehen wir natürlich direkt nach der heutige part wird eventuell wieder ein kleines bisschen kurzer dafür kommen heute nur fünf parte am tag vielleicht zwei party am tag are you kidding me 2 denke ich auch mal wenn ich es hinten als erst so klein sein heißt geil sein ja in der tat aber du auch was machst du da alle münzen sammeln das ist das ist die aufgabe doch ich sehe erstmal deine basics hier diese acht bit sound geht mir jetzt schon gerade auf den senkel was diese acht bit sound von diesem einen level hier gibt mir gerade leicht auf den senkel und da kommt so wie ähm dingsbums das ist der kritisch ich hasse diese roten raketen die einen zu verfolgen ich finde die sind irgendwie als pur komm schaffst du äh junge kolaster ist lieber nicht drauf ankommen ich glaube sonst wärst du gerade echt das sind halt ausgerastet das ist ja gewaltiger und ich werde die ohren von meinen schuhe sauern ich muss sagen ob der taube noch einen freien zweiten auftrag hier hat oh mein god ne hat sie nicht und wir haben 70% ich glaub wir haben das biel was hat das genutzt jetzt eigentlich ich glaub wir haben das biel hat nach der hälfte nachts und du hast ne wenn du bald zu vernachten kommst zum aufnehmen was machen wir in der anderen hälfte neuer ich lass Play anfangen neuer ich lass Play anfangen neuer ich lass Play anfangen okay dann dauert es auch noch ein bisschen aber ich glaub das sind fast die letzten ja aber die machen wir alle noch das sind die letzten ist aber auch noch ein bisschen was Alola können wir alle alle sehen oder wie ja es geht eigentlich voll also wiedergegangen in Lava mach ich das jetzt okay dann probier ich mal mal Glück hier oh und ich auf mein Handy nein nur ganz kurz nein wie ihr seht es kommen zwei Partner jetzt am Tag mit wie die das Play hier irgendwie nieder bekommen Alola haben es nur alle von diesem kleinen Husus da erledigen das ist von engst dieser Junge hast du ein Klo was ein Klo ja aber ich hab ein Klo hier ich sag ich es dir sobald ich das lebe gesagt hab okay aber es ist ja dringend hey passt ne weißt du ich hab keine Toilette ne weil der Klo ist oben also eins weiter oben was der echt so ein Klo ist nur eins weiter oben ich glaub Keller ist kein Klo ok habt ihr im Keller ein Klo ja ok ja ein Katzenklo das kann ich sagen wo man wohnt mal eins heißt aber alter bruder was los ist einfach wenn man nicht so kennt wie das zählt denn nicht als besiegen gell natürlich nein aber mit dem zwanz erlebt mit dem schwanz ich schaff das jetzt schade ja jetzt so ne kleiner schwanz Lutzer dann Luki scheiße ah der verreckt deine Arbe auch gut tut er nicht der ist aus Knochen der verreckt mich in der Arbe ok dann muss ich hier systematisch vorgehen er macht mich krank so scheiße zu sein Lass mich nein und jetzt geh vom Tisch weg hier oh der Tisch ist so angenehm zum annehmen alter mal zurück mal die falsche Taste Lass du gerade was schau dir gleich deine Cap weg die du nicht anlässt du hast noch zwei Versuche dann bin ich alter ein Versuch dann bin ich nee ich mach das jetzt vergess das nein 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 der Polen möchte ich das ist eigentlich deine deine Mutterschufe ja alter 2 game over wir sagen immer 2 game over bei einem level das wird man auch länger einmal es gab eine Regel 2 game over bei einem level krasse hast du vorhin auch nicht dran gehalten doch hab ich ne hab ich immer eins erhalten außerdem hab ich sehr sehr viel 2 game over alter was denn das von der scheiße da unten mit dem kleinen Pferdsack der bleibt der einfach ok wenn ich jetzt nicht darf dann kommst du ja ja ich weiß nicht das ist normal level taugen wir irgendwie mehr das hält alter Hacker sag das doch gleich ach die ach die genau aber geht wieder runter Hacker ja hast du Zeit abgelaufen ja nix im first try jetzt bin ich wieder dran nein Zeit abgelaufen ich wusste nicht dass es auf schnalle schreibt auf ja 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 sag es alle meine die Schwager was das war speedrun ha hast du mir einen vergessen ne oh fuck oh fuck ich hab einen vergessen scheiße ey was macht man jetzt ne das da hin und rausgefahren bist du oh fuck ich hab mich jetzt.. Lösung, Kinder. Das wisst ihr doch. Gewackelt hat das jetzt gerade umso mehr. I don't want to hurt you. Okay. So. Plink-Blockade. Komm wieder. Danke, Mann. Alter, Junge. Das Mikro. Ist teuer. Ah. Bäh. Oh, das ist geil. Ich liebe. Oh, ja. Ich liebe diese Level. Wie bist du? Ich liebe diese Level. Ah, bist wieder so Bock drauf. Ich könnte den Level in den ersten Heiratseintrag auspressen. So geil sind die. Ja. Ich bin sauer jetzt auf ihn. Wieso? Deswegen bin ich sauer auf euch. Ihr wisst nicht sauer auf mich, so Spaß. Weil du mich einfach so weggeguckt hast. Du hast mich provoziert. Inwiefern. Weil du scheiße bist. Stark hat eine Provokation. Das war nur besser deinem Spielen. Decker. Schneller. Schneller. Der Fuck, es geht hier gerade. Hurensohn. Soll ich dir was sagen, was mir aufgefallen ist? Ich bin immer der Einzige, der votet oben. Ähm, ob deine Videos mir gefallen oder nicht. Ich weiß nicht so wie. Hä? Ich hab dir irgendwie dieselbe Umfrage dran. Ja, ich weiß. Und niemand antwortet. Und du antwortest immer, dass dir nicht gefallen war. Was bist du für ein Stück? Wenn du halt nicht nur halber in der Face Cam hier herumhampeln würdest, würden die Videos auch Leuten gefallen. Die gefallen jedem. Das ist halt das eh nicht so viele Viewers. Hahaha. Das ist gerade die Serie mit den meisten Viewers. Das hattest du noch nie auf der Welt. Doch. Vor allem du hattest es noch nie auf der Welt. Ja, Deutsch perfekt bei dir. Sogar Mach hier. Ja. Was zum... Lachst du hier gerade? Du lässt du Stück. Das ist doch gestern. Dein Freund hat mir gesagt. Stück. Ich weiß. Alter, du... Tim, du Stück. Weil ich dir ein schönes Dicker von ihm geschickt habe. Was ist denn das hier? Das ist mein Spruch. Wie zum Beispiel. Alles Hit im Schritt. Ich brauche mich da auch immer. Ja. Also ich klöle am Popöle. Ich brauche ein... Alter Hurenboxon. Spast. Wichser. Arschloch. Alter. Was habe ich dir gestern beigebracht? Fies. Lü. Fies, du Hure. Ich weiß. Lass mich mal die Blinkblockade machen. Aber du schaffst doch eh nichts. Du bist so ein Lü. Ich nehm du... Hörst du mich grad'n Lü. Ja, habe ich. Er hat mich Lü. Gelland. Na, ich... Hallo. Junge. Alter, du... Penis-Kind. Das ist so. Ich will. Ich will. Diese Beleidigung. Junge. Bitte, komm. Hallo. Mist. Jetzt wird man... Was hat ich gesagt? Machst du nie an, weil das hier... Was fängt gut, dass das Sound nicht an? Und ist das die Aufnahme jetzt wieder stoppt, du? Was passiert, wenn man dort drückt? Alter. Jo, away. Fick. Ja, du. Nee. Ah. Ah. Halt deine Klappe. Ich konzentriere mich da gar nicht. Dass du dich konzentriert, weiß ich nicht. Die Mobben-Messiale. Die Mobben nicht. Gibt doch nicht den Mobben die Schuld. Reden dann die braven Kids, die immer keine Nutella-Klauen. 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 Du stirbst immer an der gleichen Stelle. Ja, jetzt nicht mehr. Ich weiß. Ich bin nicht dumm. Echt? Okay, wär's doch. Aber ich darf dumm sein, ja? Ah, da hat ja niemand was dagegen gesagt. Dummheit ist natürlich. Es gibt dich gleich, Dummheit ist natürlich. Alter. Keine. Ja, ist klar! Hammer, Hammer. Du schreckt die ganzen Bums hier an. Bumsen. Nein. Böse-Pflanze. Ha. Verpischt. Ich sag uns, die Kunden sind kritis. Zum Glück hat mich niemals gesehen. Hör auf, so wie ein Mädchen zu brüllen. Ich hebe dich gleich hier raus. Raus aus meinem Haus. So, Faulpilz befallen, da bist du ja dran hier. Fauler Pils hier. Stimmt, gell. Bei deinem Video hast du Giftpilz geschrieben, obwohl das ein Faulpilz war. Ich hab Faulpilz geschrieben, aber... Nein, du hast Giftpilz geschrieben. Was hast du mit tun, ne? Das Punkt. Geh mir zu mir. Nein. Ha-Jung. Bo-ling-me? Was gibt es mir, wenn ich doch geflüssig bin, ab, äh, folgt ist? Weil ich geflüssig bin, ab. das ist doch scheißegal zum Glück steckt man jetzt nicht mehr direkt BOOM warum haut dieser Schweißpilz von den Giftpilzen ab? weil er Angst hat vor dem der wird da auch so ein Giftpilz sind wir einen Millimeter weit gedacht was du einen Millimeter weit denken kannst das wusste ich nicht jetzt kannst du drei Millimeter weit denken man, das ist so ein Kart getrinkertes Spiel ehrenspiel unehrenloses Spiel warum Chefkoch, warum tust du mir das schon wieder an? also wie hat er Chefkoch? ja ja weil der halt, er weiß wie man die Trigger hat oh ehrenl ih also bitte weg, der hat Angst vor dir wooo doin 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 das war aber grad so ein heftiger meh oh noo oh noo ich finde die Musik und Hintergrund wirken voll friedlich so einstachmäßig guck Oh danke ich hatte eigentlich gar nicht die kille, leider rich das ist eine ehrenvolle Zone wieder ein lockert fünf stück davon auf einmal ohne ehrenlos ich stehe mich mal zurück ich glaube du hättest gar nicht dann sagt er sich noch nein vielleicht doch die andere seite du kannst das alles du kannst alles aber diese heftigen kommis gerade eben ehrenvolle zone nach dem part gehst du los weil ich entscheide also ich sag vor allem der noch sein im part ein quicky level er muss gehen als erst wird dass der parte zu kurz ist ausflügeldach fertig das ist doch ganz gut ausflügeldach ist fertig und 75 prozent des losses das ist doch schön aber wir bauen noch das letzte es geben noch einen auftrag nur noch das aber das geht noch nicht dann war es halt den nächsten part aber jetzt so langsam kommt das doch zum ende auch der wochenende bald geht es weiter mit dem nächsten part eines morgen wenn ihr ihn seht wir bedanken uns herzlich beim zusauen macht's gut bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal